Wem der Verschlossene sich auftat, dem zeigte er seine ganze Tiefe. Aber jeder fühlte sogleich, dass diese Tiefe ein Abgrund war. Keinem wird wohl in seiner Nähe, und doch zieht er die Nächsten magisch an. Keiner verlässt den Gans, der ihn kannte, und doch hält keiner bei ihm durch. Der Druck seiner Atmosphäre, die Überhitzung seiner Leidenschaft, die Übertreibung seiner Forderungen, von jedem fast fordert er gemeinsamen Tod, sind zu übermächtig, dass ein Zweiter sie ertrüge. Jeder will zu ihm, jeder scheut vor seinem Dämon zurück. Jeder fühlt, dass er nur durch eine Spanne von Tod und Untergang getrennt ist. Wie ihn Pfuel in Paris abends nicht zu Hause findet, stürzte er in die Morg, ihn unter den Selbstmördern zu suchen. Wie Marie von Kleist eine Woche lang nichts von ihm hört, jagt sie ihren Sohn. Er soll ihn aufsuchen und Entsetzliches verhindern. Die ihn nicht kannten, halten ihn für gleichgültig und kalt. Die ihn kennen, schauern und erschrecken vor dem finsteren Feuer, das ihn verzehrt. So kann ihn keiner anfassen und stützen. Den einen ist er zu kalt, den anderen zu heiß. Nur der Dämon bleibt ihm getreu. Er weiß es selbst, dass es gefährlich ist, sich mit mir einzulassen, wie er einmal sagt. Deshalb klagt er auch keinen an, der sich von ihm zurückgezogen. Wer ihm nahe war, hat sich versenkt an seinem Feuer. Wilhelmine von Zenge, seiner Braut, hat er durch Intransigenz seiner moralischen Forderungen die Jugend verstört. Ulrike, der Lieblingsschwester, das Vermögen weggeliebt. Marie von Kleist, die Herzensfreundin, lässt er leer und vereinsamt zurück. Hendrette Vogel reißt er mit sich in den Tod. Er kennt die Gefährlichkeit seines Dämons, die furchtbare Fernwirkung seines Inneren. So zieht er sich immer mehr, immer krampfhafter in sich selbst zurück, macht sich noch einsamer als die Natur in Schuf. Ganze Tage verbringt er in den letzten Jahren mit einer Pfeife im Bett, schreibend und dichtend. Selten nur geht er aus und dann meist in Tabagien und Kaffeehäuser. Seine Unmitteilsamkeit wird immer vehementer. Immer mehr geht er den Menschen verloren. Als er im Jahre 809 auf ein paar Monate verschwindet, notieren seine Freunde gleichgültig seinen Tod. Er fehlt niemandem. Und endete er sein Leben nicht dann derart melodramatisch, so hätte keiner sein Fortsein bemerkt. So stumm, so fremd, so undurchdringlich war er der Welt geworden. Wir haben kein Bild von ihm, kein Bild seines äußeren Wesens und kaum eines seines Inneren als die Spiegelschrift seines Werkes, seiner expansiven Briefe. Ein einziges Bild freilich gab es des Bildnislosen, ein wundervolles, das die wenigen erschütterte, die es gelesen. Ein Bekenntnis im Geiste Rousseaus, eine Geschichte meiner Seele, die er kurz vor seinem Tod verfasst hat. Aber wir kennen sie nicht. Er hat das Manuskript verbrannt oder die gleichgültigen Hüter seines Nachlasses haben es sorglos vertan, so wie sein Roman und manches andere Werk.